Ich habe mich mit dir überhaupt unterhalten. Ich habe mich mit ihr an den Hals geworfen. So war es ja auch nicht. Also so ist es doch auch nicht gewesen, gell? Ja, wer war es jetzt? Weiß ich nicht. Doch, jetzt sag es mal. Ich habe sie nicht nach dem Alter verhoben. Ich frage nie mehr eine Frau nach dem Alter. Das ist schon was. Lass mich hineinkommen. Ich weiß es nicht. Und ich will es auch ein bisschen. Sie war maximal 30. Wenn ich mir jetzt angucke, euer Altersunterschied ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass es, das könnt ihr als Beispiel geben, dass es auch funktionieren kann. Was ist? Also? Kann. Die zwei wohnen ja zusammen und nicht so weit auseinander. Ich kann ja nicht jeden Moment nach Bonn fahren. Wir wohnen zusammen. Ja, Bonn, Bad Domsberg, sag mal. Das ist ja der Alptraum. Ja, die anderen sind sowieso. Die Altersunterschied. Die Altersunterschied. Na ja, gut. Ich hab das ja... Hey Andy, what's going on? Das werde ich echt nicht vergessen. How do you do? Wie oft haben wir mit ihr telefoniert, Samstagabends oder du. Und dann hat sie immer so eine tiefe Stimme gehabt. Andy. Ja, genau. Andy. Andy. Das heißt, du hast immer, ich bin sie an dem Tisch geguckt, der Andy hat mit ihr telefoniert und das hast du immer so gehört. Ja? Und dann war das immer so. So. Ja? Ja, brach ich an. Ja.